Noch ist hier nichts los, aber ab dem 1. Juli soll hier ein gemütlicher Biergarten mit Strandatmosphäre entstehen. Ein Zusammenschluss aus Tübinger Gastronomen hat vor, dem Außenbereich des derzeit leerstehenden Casinos wieder Leben einzuhauchen. Der idyllische Standort direkt am Neckar soll Raum für 120 Plätze bieten. Es wird locker und mit Abstand bestuhlt mit Liegestühlen und Palettensofas.